hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal ja heute möchte ich mit euch einfach mal 30k games rollen für anwerben und gewinnen in der hoffnung dass ich da den neuen helden roll den habe ich nämlich noch nicht auf meinem hauptaccount und zudem haben wir auch noch ein paar versuche bei den events bei glückseimeister da können ein paar kaputt machen und bei glückliche karten da können wir ein paar karten umdrehen ja würde ich sagen fangen wir einfach mal mit den eiern an genau schauen wir uns das mal an ja ich denke mal wir haben so um die ja wir haben 16 versuche so dann würde ich mal sagen los geht's wahrscheinlich kommen erst mal los sachen die ja sie schild ohne 1 naja das ist sogar was man gebrauchen kann aber ja siehst du jetzt geht's los rum punkte was kommt hier raus hoffentlich kriege ich dann mal in ele raus hier kommt erstmal gar nichts raus 200 splitter ok dauert heute ein bisschen länger 150 splitter 1000 rum punkte legen der respitei ja legen der respitei brauche ich nicht unbedingt wie gesagt ich bin ja eigentlich auf elektriker aus dem brauche ich unbedingt auf meinem account so 100 edelsteine komm schon drache wo bleibst du mechteser nein die habe ich schon so oft das ist kein guter roll gewesen 200 splitter ja 150 splitter splitter bin ich eigentlich möchte ich eigentlich nicht unbedingt so gerne haben komm schon legendäres pet ja eine legendäre heldenkarte oder so oder einfach mal einen drachen zu haben nee ist mir heute wieder mal ein rätsel dass hier wieder nichts rauskommt naja aber dann fangen wir erstmal an mit den ja holz da haben wir noch ein paar versuche den neuen helden rauszukriegen den neuen helden waller waller mal schauen ob er kommt also moment sieht es richtig schlecht aus kommen nur galler okay das kann ja nicht sein heute schon wieder ein galler naja gut vielleicht kommen zuerst ganz ganz viele galler und dann kommt der neue held das wäre natürlich richtig gut also wir haben hier den werwolf kristallschlamm henker noch ein kristallschlamm eis dämon atlantikor das ist mein erster legendärer held holy shit kürbis herzog brauche ich auch nicht unbedingt das sind einfach mal helden die man ja gar nicht so wirklich braucht eros champion holy shit hier kommen nur ja was ist denn das was denn heute los holy shit so grimpfiend dragx brauche ich beide nicht habe ich auch nicht aber jetzt kommen wenigstens mal ein paar legendäre helden die man nur mit games bekommen kann so ja hier haben wir meinen werwolf schlangenkönigin schamane schamane kristallschlamm dryade kürbis herzog schon wieder gibt's doch nicht so wie viele rolls haben wir schon gemacht ja über die hälfte haben wir schon hinter uns und der neue held war leider noch nicht dabei valentina kann ich sogar gebrauchen die ist bei mir nämlich erst evo heute kommt ziemlich wenig oxbane ja brauche ich auch nicht unbedingt wo sind wir denn hier bei den games ja wie gesagt ein paar rolls kann ich noch machen ich würde sagen machen wir zwischendurch einfach nochmal hier die karten auf in der hoffnung dass wir ja ein ele bekommen das wäre natürlich richtig nice zwölf versuche haben wir hier so ich habe schon drauf gedrückt aber er braucht so lange rumpunkte dreimal rumpunkte paket ok auch nicht schlecht games 130 edelsteine so dann haben wir hier vor allem da kamen solche rumpunkte paket und hier kommen rumpunkte einfach so raus ok zwei talent wie wohl karten das ist ja auch schon gar nicht so schlecht aber wie gesagt ein drache wäre natürlich richtig nice ehre ehre kiste 2 das heißt sind zehn oder 100 ehre ich weiß jetzt nicht genau muss ich mal gucken auf jeden fall ist es naja nicht ganz so viel glaube ich zwei talent wie wohl karten komm schon ein drache wird ja wohl dabei sein schon wieder zwei talent wie wohl karten so komm schon zwei versuche haben wir eine ehre kiste zwei versuche haben wir jetzt noch so da haben wir edelsteine und rumpunkte nichts dabei heute naja aber wie gesagt paar rolls kann ich ja noch machen wo sind wir hier ja aber auch nicht mehr ganz so viele vielleicht kommt ja noch mal der neue held nee aber ich glaube er will heute nicht einfach nicht kommen sechs rolls kann ich noch machen ich mache einfach zwei dreier noch so eins und zweimal grün ja dann sammeln wir das hier noch mal kurz ein öffnen noch mal diese tollen karten hier die wir jetzt hier bekommen haben die warte die haben wir hier reingeschickt bekommen okay na gut ein paar karten waren ja dabei jetzt habe ich wieder ein paar auf lager so wie viel sind das 100 ehre okay damit kann ich leben genau dann öffnen wir noch mal hier diese legendäre hellen karte eine kalypse ist sogar gar nicht so schlecht denn öffnen wir hier noch mal die drei bazar karten hier und da haben wir auch nur miss drin schade so dann öffnen wir noch mal kurz die ganzen sachen hier so perfekt so hier kommen jetzt die drachen aus passt auf gleich zwei stück genau legendäre drachen kommen da raus ohne money nee aber heute war leider nicht so wirklich was dabei naja gut aber ja ein bisschen enttäuscht aber naja kann man nichts machen mal gewinnt man mal verliert man aber ich würde sagen wenn es euch gefallen hat dann lass doch wieder eine positive wertung da und ja bis zum nächsten mal tschüss